Tatsächlich Abenteuerurlaub. Ist ja noch harmlos hier. Oben war ja noch viel schlimmer, ne? Ja. Berg runter. Na ja, schauen wir mal. Viele Treppen und nichts empfehlen, sowohl uns beraten. Aber wir wollen es ja wissen, ne? Keine Beschilderung, nichts, was auf die Burgruine hinweist. Und wir gucken jetzt, ob sich das lohnt. Ja, machen wir einfach. Ich kann nicht so schnell. Ich gehe eins durch, schaffe ich das? Oh, es kommt tatsächlich noch ein paar Stufen. Hat er nicht geflunkert? Ich bin da. Ich sage nur, wenn man die Höhe sieht, dann weiß man auch, wie viele Stufen wir gegangen sind. 259 Meter. Ich bin da. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also für Leute, die schwindelig sind, dann eher nicht so. Das heißt eigentlich für mich auch nicht. Aber nicht runtergucken. Halt die an der Mauer fest. Ja, ich bin hier für Nummer 1.